8.05 der Burgmaus Airlines zu unserem internationalen Rundflug durch den Kölschen Faste-Lorpelt. Gemeinsam mit Ihnen an Bord begrüßen wir die Gruppe Blackfuss, Höhner, Couleur und natürlich Brings. Unsere Reiseroute führt uns über Spanien, Italien, die Türkei, Russland zurück nach Köln. Unsere Flughöhe ist nicht höher als der Kölner Dom und unsere Flugzeit beträgt angenehme vier Minuten. Bitte nehmen Sie nun Ihre Plätze ein und schließen Sie die Sicherheitsquote. Unser Flugkapitän und seine Crew wünschen Ihnen einen guten Flug. Unser Flugzeug und die Türkei, Russland, die Türkei, bis hier colockoll, Eine Turnier-Mobilung, da Sie bei der Italien-Mobilz-Extremationen. Und das ist really, really, really. Und das ist really cool. Ich bin bei den Titelsen und der Titelsen. Ich bin bei den Titelsen und dem Titelsen.. ... und ich bin bei den Titelsen. Musik Oh la la, du bist nur eine Pizza Oh la la, du bist so wunderbar Oh la la, du bist nur eine Pizza Oh la la, du bist so wunderbar Wie mit Brüste allein die Flügel kommt in die Gankersee Die Hebel in die Sonner, anschwärts in die Höhe Ach Meter, ach Meter, wenn ich die Sturme seh Wer dich so gern ein Vögel vom Tütti auf der See La 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 Ach, Meter, ach, Meter, wenn ich nicht von mir sehe Wer dich so gern ein Vögel vom Tütti auf der See Erworte fährt die Achtel mit nach Ittambul Mit Ittambul, mit Ittambul Wir wackeln den Kölschern und den Liegestuhl Komm, wir fahren, Mr. Hissamull Nach Ittambul, so fahren, das ist cool Komm, wir fahren, Mr. Hissamull Hey, der Buschern, komm, was er gelacht Komm, was hat mir die ganze Nacht Hey, der Buschern, dritt mir was da ab Komm, wer dich wieder wohl La 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 alm La 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 Hey, la 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 Hey, der Buschern, dritt mir was da ab Ab 我們 das öfter witnesses Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020